Also wir sind hier beim Wiegut Argen in Hallau. Wir pflegen unsere Reben in und um Hallau, wo wir unseren argeten Wein daraus machen, so wie es ein Wort schon gesagt. Wir haben aus knapp 10 Traubensorten ca. 15 Produkte, die wir in den Reben anbauen und den Wein auskältern und dürfen auch direkt an unsere Kundschaft vermarkten. Hier haben wir den Pinot Noir Spätlese. Der Pinot Spätlese ist bei uns nicht nur später geerntet, möglicher Sport. Wir lesen schon vorher, wenn wir die Haube stark regulieren in den Parzellen der Sportlese. Wir kälteren den Wein intensiv und eine kurze Zeit ist gebraucht, den Eichenfässer auszubauen, damit wir einen paraten, geschmeidigen Pinot bekommen, der sich sehr gut kombinieren lässt mit der Schweizer Küche, geht aber auch zu kalten Platten.